Hallöchen, Tag und Hallo zur 34. Folge Terraria. Wir sind in der zweiten Weltphase. Alles ist abgefuckt und alles ist anders und wir kommen überhaupt nicht zurecht. Und wir müssen jetzt die Korruption aufhalten, weil die Korruption breitet sich nämlich aus und hier links neben uns hat sich schon eine Korruption gebildet. Einfach so random. Alter, und ganz viele Würmer sind auch am Start und dicke Schleime und dicke fliegende Schleime. Ahaha, ich möchte das auch nicht sehen. Töte mich. Ne, töte mich bloß nicht schleimt. Alter, was ist denn hier passiert? Ey, es ist alles geht den Bach runter. Alter, geht dran los. Das sind so viele. Ich glaube, ich guck mal schnell, wie man die Korruption aufhält. Genau, gibt es Terraria Org oder so? Terraria Vicky gibt es. Äh, äh, geht mal bei Google ein Korruption aufhalten. Oh Gott, wir werden so oft sterben. Ja, Leute, wenn euch das antut, seine Selbstschuldung. Wir werden so oft fangen, nochmal sterben. Das ist... So Terraria Vicky, ich mach's mal groß, sehe ich mehr Korruption. Ach, und du stirbst, nein, warte, du bist ja nicht da. Warte, du bist ja nicht da. Warte, ich versuche dich zu heilen, zu retten, meine ich zu heilen. Alter, es geht alles den Bach runter. Warum? Was passiert hier? Alter, Falter. Nicht auhalten, aufhalten. Okay. Alter, wir haben ja sogar Korruption bei uns im Haus gebaut. Scheiße, Mann. Oh, das ist der größte Abwrack. Was haben wir getan? Wieso haben wir die scheiß Fleischwand besiegt? Oh mein Gott, und alter Falter, alles voll. Wie schreibt man Korruption? Wie korrupt? Ja, ich bin schon. Ja, wie korrupt eigentlich. Ja, ich bin schon. Terraria Korruption aufhalten. Weiß ich, kämpft die ganze Zeit gegen diese Scheißfläche. Und du einfach nur... Wie schreibt man Korrupt? Ich will dir doch helfen. Ich will dir doch noch nicht. Ja, dann hilf mir schneller. Korruption ist ja nicht gefunden. Äh, irgendwie nicht gehen. Ne, dann geht bei Google ein... Ah Gott. Ah Gott, tu doch was. Scheiße, Mama. Ich hab Angst. Alter, alles geht kaputt, alles... Warum? Korruption stoppen, aufhalten. Ja. So, erst wird's mit C geschrieben. Ja, dann ist's halt Englisch. Keine Ahnung. Ist jetzt egal, hättest's mal mit C gesucht, Mann. Oh, ich baue mich jetzt hier so lange ein, bis die Korruption stoppt ist. Ich muss die Korruption aus meinem Haus entfernen. Aus meinem Haus. Das ist übrigens mein Haus. Alter, warum haben die Korruption angepflanzt? Wir sind so dumm. Oh, das kann eine Weile dauern. So, sorry, Leute, wir sind dumm. Komplett verblödet. Und das ist ein Mensch. Alter, alles geht kaputt. Warum? Schatz. Man kann Korruption durch den Hello stoppen. Also entweder Korruption oder Hello in der Nähe. In der Nähe von Korruption können bei NPCs wohnen in den Hello schon. Deutsch-FTV ganz ehrlich. Ja, dieses Hello ist, äh, ja, ich glaube, das ist halt das, das entgegengesetzt. Es gibt jetzt diesen Hellenstein und die Korruption quasi. Das, was wir unten gesehen haben, das war dieser Hellenstein. Und, äh, ja. Okay. Und das müssen wir jetzt halt wahrscheinlich abbauen und... Oh, scheiße, Mann. Okay, wir müssen das Haus restaurieren, glaube ich. Wir müssen alles machen. Wir müssen alles nochmal neu machen. Oh, scheiße, Mann. Alles geht den Bach unter. Wie schnell die sich auch ausbreitet. Die müssen eigentlich so ein... Porn oder PWN haben wir, dass er sich verschrieben hat. Pornhammerhammer, oder? Ja, den mein ich. Pornhammer. Nee, äh, Pornhammer. 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 Nee, ich glaube, ich brauche... Ich verleg mal ein... Kabel. Ein Kabel. Ja, halt? Ja. Na, dann los. Nicht jetzt, nein, demnächst. Alles geht den Bach herunter. So, jetzt, äh, spiel mit und bau mit und mach was. Also, äh... Wir gehst da runter, kaufen diesen Hellenstein Shit. Und dann bauen wir den da hin und dann... Sie sammeln mal die ganze Rüstung hier auf. Die kann ich nicht mehr tragen, weil wir... Inventar voll. Äh, was machst du jetzt hier? Wie tust du das? Ich war mit Korruption ab, damit die sich nicht weiter ausbreitet. Die hat sich nicht gut da drüben schon. Alles voll! Mit Korruption. Guck dir das an! Ey, wie schnell! Hey, da drüben ist noch nicht so viel. Ja, okay, mehr als sonst. Aber das ist ja klar bei der Welt vor. Ja, aber dann machen wir das doch jetzt weg. Alter, guck dir das an! Bei Blutmond wird das heftig, das kann ich dir sagen. Ja, das ist korrekt. Aber es wird auch so schon heftig. Okay, Hello, wie kriegt man Hello? Das, was dir unten gezeigt hat, irgendeinen Stein davon. Das hast du mir nicht gezeigt, was mir noch nichts gezeigt. Da war ich nicht dabei, ich hab... Nee, da warst du natürlich nicht dabei. Okay, Alter. Junge, komm jetzt hier mit runter in den Gang. Warte mal, ist das da auch noch so ein Ombelblock? Oh Gott, ich werd direkt wieder hier zerstört. Komm in den Gang, komm in den Gang. Nein, geht nicht. Oh, sie kotzen mich alle voll. Guck mir da unten schon die... Oh Gott! Nein, warum ist da jetzt Korruption? Ah! Motherfuckers! So, jetzt komm hier runter. Komm jetzt hier runter. Oh Gott, wir werden sterben. Oh, alles ist voll hier unten. Guck dir das an! Die komplette... Unser Haus ist komplett korruptioniert. Alter, ehrlich, kratz. Von unten, ja, heftig. Do you see it now? This is the Hellostein. Perlstone. Heißt das ganze Zeug davon. Und da sind halt diese hellen Gegner, die sich einfach mal in dein Gesicht teleportieren, so wie es aussieht. Warum? Ah! Ah! Ich bin überfordert. Ja, ich auch. Aber wir ficken jetzt zum Alter. Was haben die denn? Geschluckt? LSD? Als eigentliche Drohung? Ich muss schon sagen, das Spiel ist wunderschön. Das ist so wunderschön. Oh! Ich möchte sterben. einfach nur, ich nehme zu so viel von dem Schiff mit. Geh doch einfach raus und weg! Wieso, du Scheiß, wursst du, Dicker! Warum? Ich bin zu late. Ah, gut. Okay, sehr gut. Jetzt. So, mir wurde... Okay. So, ich nehme so viel von diesem Scheiß Perlstone mit, wie geht. Oh, das ist schnell so viel, wie geht's? Oh, schon, Decker! Ja, aber... Hammergeil, oder? Hammergeil, oder? Hammergeil, oder? Oh, so! Und die ganzen neuen Viecher. Hast du das Spiel schon mal durchgespielt? Du musst es wissen, wie das ist. Ja, aber es ist halt scheiße. Weiße? Und es ist immer, es ist auch beim zweiten Mal noch Kacke. Jetzt wird das Spiel schwer was zu machen. Ja, wir haben nämlich keinen Pornhammer übrigens bekommen. Soll ich mal gucken gehen, bunten? Ja, jetzt sind bestimmt schon die Spornwindeln. Wir müssen einfach die Wand noch mal töten. So einfach ist das. Gut, das wird ja keiner nicht so schwer sein. Naja, aber erstmal muss auch. Schau, wach! So, äh... Aber jetzt haben wir ja zweiten Dingsens, die jetzt ganz ultraschwer werden. Könnte. Und damit müssen wir halt diese Altare zerstören. Ähm, mit dem Hammer. Diese, wie heißen die in der Korruption da? Kennst du, ne? Ähm, ja, Altar, Dämonaltar. Ja, genau, Dämonaltar. Siehst du, da kennt er sich sogar schon. Ja, um neu, ja, hab ich grad, ich hab mir das angelesen. Also, du bist bestimmt total stolz auf mich, dass ich auch mal was gelesen habe. Ja, hast du endlich mal was gemacht? Hast du endlich mal was zu was gebracht? Was zu was gemacht? Was auch immer! So, ich hab jetzt hier Pearlstone Blocks abgebaut. Und jetzt... Also, ich suche mal nach diesen Pornhap mal, weil die ganzen Herzen sind auch noch nicht die Spawn. Also, es besteht ein... Ach so, krass. Das ist natürlich... Obwohl die eigentlich generell nicht die Spawn, glaub ich, diese Herzen. Wenn du Fahrstuhl runtergefahren bist, hast du dauernd irgendwelche... Ja, von nur wenigen Viechern, die da grad eben verreckt sind. Stimmt, ja, vielleicht. Also, ich bin jetzt hier. Also, ich bin jetzt so krank neben uns quasi. So, ich hoffe, das reicht einfach mal. Reicht! 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 Ja, hier ist er doch. Mensch, 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 wie so... Ach, ich kann ihn nicht aufnehmen, verdammt, was sagt er denn, der lag aber nicht in der Kiste. Oh, scheiße, der lag irgendwo daneben dann. Ja, der ist daneben gefallen. Oh nein, warum liegt es in der Kiste? Oh nein, fick dich. Was passiert? Nimm ihn auf schnell und dann teleponiert mich nach oben. Ja. Sehr leise. Lass mich in Ruhe arbeiten. Sehr leise. So, erstmal irgendwas hier, so ne hässliche Figur kann ich mal entsorgen. So, ich hab ihn. Wuiiii, das war sauerlich knapp. Das ist ja dumm. Sehr gut, äh, da hast du mal was getan. Das ist nett von dir. Puh, ich esse dich. Das ist mein Satz. Jetzt klausst du mir auch noch die Sätze. Das gewöhnt man sich an, wenn man das die ganze Zeit gesagt bekommt. Ja, mindestens korrekt. So, wie viele von diesem Dämonalter haben wir dann zerstören? Ähm, naja, eins für ein äh, Mineral, was wir dann bekommen. Ja, das ist das nicht wunderschön. Das ist wunderschön. So, jetzt geh weg. Geh nach Hause. Ein Dämonalter, wenn du zerstören? Ein Dämonalter für ein Mineral, was wir dann bekommen. also für als er mit Adamantik 1 1 für die Trille und 1 für das dritte was ich vergesse erlaubt ja dieses erlaubt erlaubt oder so ja was er steht damit man die Korruption ablenken nein das habe ich doch gerade hier das ist aber das gibt halt die Korruptionsgebiet und Helmut bietet das erlaubt die ist Prozent nachher stimmte abgebot also ich glaube ich nicht um das länger stein davon gehabt weil ich hab glaube ich gar nichts die Sechner sagen dem Alter zerstören ja drei Stück möglichst mindestens so Kobalt das erste und jetzt noch zwei andere und dann hoffentlich sind es die ich weiß nicht wo die anderen sind oh Gott da kommen schon wieder diese Viecher und irgendwelche so ein Schnatz kommt da auch noch so ein Harry Potter ah ja genau die sind geil die verlieren Feenstaub damit kann man nicht bessere Tränke machen ich kann es nicht einsameln aber ich weiß es die Erkaufsicht komisches Zeug ich weiß nicht das weiß ich nicht ja jetzt ja vor uns brauchen wir Knochen näher oder einmal kann man immer mal gebrauchen ich hab noch schön viele Rüstungen äh ja ich würd sagen na wohl nee nee wir machen Rüstungsraum ja auf jeden Fall Waffenkammer das ist wichtig bist du schon durch das GAY-Gebiet gelaufen? ja ich bin gerade in dem GAY-Gebiet aber ich hab da kann der Schnatz ich hab hier so was komisches das heißt erstmal kann es glaube ich nicht abgebaut werden das sind auch manchmal Einhörner und da kann man sich auch Einhörner Hörner kann man auch irgendwo für benutzen Einhörner Hörner ähm dieses dieses ja türkise dieses türkise stein den kriegt man nicht abgebaut kann das sein mit der türkise stein ja das ist wenn es nicht geht dann achso ne ja genau das ist ja der der neue jetzt genau den du freigesetzt hast warum hast du eigentlich nur einen Dämonenaltar zerstört? hast du unseren Dämonenaltar zerstört? der da rechts war? zu dem wir immer hingegangen sind? ja warum? Alter wir haben so ein schönes Ding zu dem gebaut und du machst ja das Ding ja deswegen das war der praktischste den ich denke alter links neben uns ist scheiß Korruption warum machst du das? ach dich darf man nicht alleine lassen ey ganz schlimmer Mensch tausend Grabsteine in unserem Haus so die scheiß Blumen hier bauen wir auch nicht mehr das ist hartfuck krass hier haben sogar die Schleime Gesichter ja die sind lustig schnackst du mir nichts oh das Geräusch ist sehr ohrenbeteilig kling 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 früher war hier mal was schönes jetzt ist es hier bunt und kitschig ich verkaufe jetzt hier oh Gott es ist alles geht den Bach runter ich verkaufe jetzt jeglichen Scheiß den wir nicht mehr brauchen obwohl Kupfer brauchen wir eigentlich noch so oh einfach mal der Regenbogen hier im Hintergrund ist oh ja das ist halt das Geldgebiet man ähm joo ist so so ich muss sagen ich fühle mich in dem Gebiet wohl ja das hätte ich mir schon gedacht von einem an habe ich nur ein Kupfer zurückgeholt ab ich tu so dass es jetzt mal werde ich hier mal scheiß drauf scheiß drauf wo war jetzt unseren Rüstungshaus unser Rüstungshausbau wahrscheinlich auch gleich in der folgende Pause die wir gleich einlegen werden in einer Minute ähm oh Gott es ist alles so voller Scheiße bling 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 oh ist das Ohr unbetrimmend bei mir ist das gar nicht so laut nicht ich muss mal leiser stellen hab ich schon hier sind so 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 diese diese Prozent dann einfach mal da so ist er aber mit bevor ihr die Folge noch sinnlos zu Ende geht zeigt jetzt aber ganz viele Dämonatare sind die Uhr hattest alle abbauen können ja typ mir leid dass ich das nicht wusste dass du mir das nicht gesagt ist ja aber warum ist denn direkt zu dem zu dem wir alles zu dem wir immer hingehen weil wir da was kraften wollen das ist doch ähm ah nein falsch so ah ein Vieh hier ist ein Meteor abgestürzt oder früher das ist aber ja als noch alles schön war mhm oh Gott ich glaube wir sind viel zu früh in die zweite Weltphase eingetaucht glaub ich nicht glaub ich schon warum atmest du eigentlich immer in dem Mikro he hängt das so in deiner Phrase was nochmal jetzt warum atmest du eigentlich immer so in der Mikro echt tue ich das das ist natürlich aber eigentlich geht das gar nicht doch eigentlich schon es hängt wahrscheinlich unter deiner Nase ja genau genau das okay dann ist es halt ein zu gutes Mikrofon die es ist ich dem 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 so der machen wir folge mit überlänge bis wir die scheiß korruption gefunden haben ja jetzt gehört die scheiße ach Gott ich baue mal Holz ab einfach nur damit wir das haben bisschen Holz haben wir wir haben noch ein bisschen viel Holz eigentlich aber egal ja klauen mir das Holz das ich habe Eicheln ich habe Eicheln ähm ja ja ich sehe ich ich sehe ich ich sehe ich guck mal wie weit wir jetzt laufen müssen zum nächsten Dämonenaltar toll gemacht echt klasse und die und den darf ich dann nicht mal abbauen natürlich wir bauen jetzt noch da sind ja so viele da bauen wir jetzt drei ab oder sechs ne fünf fünf bauen wir am besten ab und einen lassen wir stehen kann man seine Raketenschuhe irgendwie upgraden ja mit so anderen Schuhen die wir noch nicht gefunden haben gehen wir ins erste Loch direkt hier rechts ist nix und hier links hast du hier hier sind übelst viele da unten ja warum die da unten das übelst viel da sind zwei Stunden das sind ja die letzten zwei solch die abbauen wir danach aber noch mal gleich abbauen da haben wir umso mehr Material da unten ich glaube relativ genau und da die ist noch einer ja warte ich glaube ich dieser fette Sack weg ne da musst du dich gar nicht richtig hinbauen der ist zugänglich ah stimmt das recht ich kann trotzdem nicht abbauen ne dann baue ich die zwei hier ab und den nehmen wir als unseren neun den baue ich ab dass wir den nicht gefunden haben das stimmt du hättest ihn ja sehen können du schließt ja auf großem Bildschirm jetzt geht das Gevorhalte wieder los sehr gut mit Trier und jetzt noch einen und dann haben wir das andere Adermann die Mann täte Männertöten da spricht ausgefahren Wieso weiß ich nicht willst du Männer tippen? ne doch ich lieg schon na gut okay ich geb's zu ich bin fett er ist sowieso der aller fetteste Mensch den ich kenne ja das ist keine Ironie das ist traurige Wahrheit Fuhrer Ernst ah fuck dieses Scheiße hier war so Alter ich kann nicht diesen ach gut es geht so ich telefoniere mich jetzt zurück und du baust die letzten Scheiße ab und ich sag schon mal tschüss und wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge dann ist hier alles schön vorbereitet mit ganz viel Zeug und so Blümchen alles ist hübsch weil das wollen wir in der Aufnahmepause machen weil da ist es besser und in der Aufnahme da ist immer so wenig Zeit und das wollte ja auch nicht sehen deswegen bis zum nächsten mal hast du den Stein überhaupt abgebaut den Altar? ja ich habe auch schon das grüne die grüne Schrift gesehen joe joe dann tschau bis zum nächsten mal tschüss 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 ich wollte nur auch mal tschüss sagen weil du mich in den Liedt halt die Schnauze